Beachte bitte unseren Disclaimer. Einer von uns beiden hat mit seinem Depot den Markt geschlagen und Marcel, genau darüber werden wir heute sprechen. Und wenn du neu bist und wenn du auch schon immer dabei bist, sagen wir herzlich willkommen beim neuen Aktien-Podcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und ich bin immer noch Marcel. Wir heißen euch herzlich willkommen zu unserer Folge Nummer 178. Leute, bald 200. Was machen wir dann? Ja, weiß ich auch nicht. Machen wir das live? Wollen wir da mal so einen Live-Podcast mal probieren? Also live bei YouTube. Jetzt nicht live alle nach Leipzig. Aber live bei YouTube können wir ja mal versuchen. Vielleicht sind wir bisher geübt genug, das auch zu machen. Heute steht es an, der Depot-Rückblick. Das heißt, wir schauen auf den Februar. Was hat sich getan in unseren Depots? Was hat sich verändert in unseren Depots? Und du sagst es schon, einer von uns hat den Markt geschlagen. Nee, tatsächlich haben wir drei den Markt geschlagen. Du, ich und unsere Holding. Und das werden wir heute besprechen, was wir geh- und verkauft haben. Wir werden jetzt auch teilweise mal die Käufe unserer Holding mit erwähnen und auch da ein bisschen mehr schauen. Aber wir werden wahrscheinlich auch dazu einen Sonderextra-Podcast machen, weil da gibt es natürlich auch immer so viel drüber zu sprechen. Marcel, diese Woche, ich muss dich jetzt ganz klar fragen, du hattest wahrscheinlich sehr, sehr viel Quasselwasser getrunken, weil du hast ein sehr, sehr langes Startup-Interview geführt. Mit wem hast du gesprochen? Und wir haben daraufhin investiert, richtig? Genau, richtig. Wir haben bei Hive Systems investiert. Ein tolles Interview. Klar, es war lang, waren sehr viele Informationen, aber es war ein super spannendes Thema. Und ja, irgendwie faszinierend natürlich, es geht um Drohnen, die in, ja, ich sag mal, die Überwachung sämtlicher Möglichkeiten auch ermöglicht. Natürlich Software und Hardware zusammengedacht. Das ist toll und bringt auch einen echten Mehrwert für die jeweiligen Kunden. Und deswegen ein sehr spannendes Geschäftsmodell. Also gerne nochmal reinhören. Link packen wir in die Shownotes. Und apropos Mehrwert, was hast du uns heute mitgebracht? Ja, heute gibt es Quartalszahlen, natürlich, wie immer. As always the same procedure as every weekend. Genau, dann zwei Übernahmen, die sich diese Woche, ja, angebahnt haben. Ja. Ich möchte vom Tesla Investor Day 2023 sprechen und habe eine nahezu pleite mit dabei. Eine nahezu pleite? Eine nahezu, also vielleicht pleite. Schauen wir mal. Ich habe heute mit dabei eine Community-Frage, nämlich von Max. Er sagt, ein Unternehmen würde eskalieren. Okay. Ich sehe das ganz anders. Ich bin gespannt, was du sagst. Okay. Dann geht es weiter mit Heizen. Heizen ist ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Und wir werden darüber sprechen, wie man profitieren könnte. Weiter geht es dann mit einer, es ist ja eine Trinkmahlzeit, die gekauft wurde diese Woche. Und ich bin tatsächlich begeisterter Kunde. Ich auch. Und dann gibt es auch noch von mir ein Lifehack für alle, die viel unterwegs sind. Du bist ja auch manchmal unterwegs im Hotel. Ich bin gespannt, was du dazu sagst. Es funktioniert. Ich habe es selber getestet. Ich rate aber jedem, es nicht nachzumachen. Und dann gehen wir über die Wolken. Wie Reinhard May schon sagte, dann sagtest du, du hast fast Pleiten dabei. Ich tatsächlich auch. Ich habe mal eine Übersicht mitgebracht, welche Unternehmen in Deutschland denn so pleite sind. Und sie kommen aus einer ganz konkreten Branche. Und darüber müssen wir natürlich sprechen. Okay. Dann sprechen wir über dein, mein Depot, unsere Holding, was wir gekauft haben, was wir verkauft haben. Natürlich wie immer bei unserem Werbepartner JustTrade. Wir zeigen es heute auch nochmal ganz klar. Ich bin total begeistert. Der erste Sparplan hat ausgelöst. Warum, Marcel? Ich habe einen würdigen Nachfolger für mich in unserem Aktien-Podcast gefunden. Oder eine Nachfolgerin. Sie oder er wächst gerade in dem Bauch meiner Frau heran. Wir werden Eltern. Und das Erste. Also nicht wir werden Eltern. Und tatsächlich das Erste. Was hat der werdende Papa gemacht? Ein ETF-Sparplan eingerichtet. 50 Euro im Monat. Einmal Dividende. Und einmal die komplette Welt. Alles ausschüttend. Welche das sind, erfahrt ihr heute. Dann gibt es natürlich wie immer noch die Investment-Idee. Und die Investment-Idee bezieht sich auf unsere Webseite. Da aktuell kommt tatsächlich ja die Meldung Mailware. Tatsächlich wurden wir gehackt. Also wir werden immer größer und immer gefährlicher. Ja, wirklich wahr. Und deswegen müsst ihr uns unterstützen. Natürlich mit 5 Sternen bei Spotify. 5 Sternen bei iTunes. Damit wir wachsen. Wir sind in den Podcast-Charts schon wieder ein bisschen geklettert. Financial Investment 32 waren wir. Und wir sagen glaube ich vielen lieben Dank. Damit unterstützt ihr hier unser Projekt ehrenamtlich. Und jetzt Marcel. Genug gelabert. Ab zu den Fakten. Ab zu den knallharten Fakten. Und auf geht's. Ja, die Quartalszahlen. Du sprichst es schon an. Und da habe ich gleich mal sehr, sehr gute Nachrichten. Von dem großen Unternehmen Salesforce. In dem ich ja investiert bin. Du nicht. Nein. Richtig, genau. Und sie haben überrascht. Und zwar mit einem doch recht starken Gewinn. Und auch mit einem sehr, sehr ansehnlichen Umsatzwachstum. Für die Größe, muss man ja sagen. Und auch stark überrascht. Und was noch hinzukommt. Man hat gesagt, Mensch. Wir können auch hier gleich mal auf dem Niveau ein bisschen Aktienrückkäufe betreiben. Und zwar nochmal schön ausbauen. 20 Milliarden Dollar mehr will man in die Hand nehmen als ohnehin schon gedacht. Mehr als 10 Prozent der Marktkapitalisierung ist das. Ja, da sehe ich, wenn das umgesetzt ist, natürlich auch nochmal eine echte Verbesserung für alle Aktionäre, die da jetzt schon investiert sind. Auch der Ausblick war insgesamt sehr, sehr gut. Und insofern, die Aktie zu Recht schön on top ist bis zu einer Spitze 16 Prozent gestiegen an dem Tag. Natürlich dann auch im Laufe des Tages ist mal hier und da ein bisschen hin und her gelaufen. Also tolle Zahlen, tolles Ergebnis. Ich glaube tatsächlich, hier wird jetzt auch so ein bisschen eingepreist, dass wir die große Entlassungswelle im Tag-Bereich jetzt hinter uns haben. Weil es ist ja Pay-Per-User bei Salesforce. Also wenn wir jetzt Salesforce nutzen würden, würden wir für dich und für mich bezahlen. Wenn wir dich dann leider betriebsbedingt kündigen müssen, würden wir nur noch für mich bezahlen. Und dann würde natürlich Salesforce weniger Umsatz, weniger Gewinn, weniger Cashflow und alles erwirtschaften. Und vermutlich, sagt man jetzt, das Tal der Tränen ist erreicht. Wie siehst du es? Ja, absolut. Und das ist ja auch nicht nur das. Das sind ja auch die vielen anderen Punkte, die man da noch hat. Ist ja doch ein recht breit aufgestelltes Unternehmen. Und ich glaube, das Tal der Tränen ist durchschritten. Das zählt in meinen Augen für die meisten der Unternehmen, die berichtet haben. Zum Beispiel auch für die aus der Gesundheitssparte, der Cloud-Spezialist Viva Systems. Hat nichts zu tun mit dem Hit von Elvis Presley, Viva Las Vegas. Ja, genau. Auch nichts mit dem TV-Sender Viva. Ach so? Oh, wow. Also Viva mit V-E-E-V-A. Keine Ahnung. Müssen wir mal schauen. Ja, Viva Systems. Ich bin investiert auch hier. Hab das mal mitgebracht, weil auch hier die Zahlen überragend waren. Also gerade auch im Sinne des Gewinns. Sehr, sehr stark der Umsatz gewachsen um 16 Prozent, was aktuell auch in dem Umfeld nicht leicht ist. Auch hier hat man die Umsatzziele deutlich übertroffen. Die Aktien erst ein Stück weit runter, dann schön hoch, dann im Rahmen des schlechten allgemeinen Börsenbetters wieder abverkauft. Aber heute zum Freitag, wie wir hier aufnehmen, doch ein sehr bulliger Tag für Viva Systems auch. Und das gefällt mir sehr gut, auch weil man vor allen Dingen die Aussichten hier doch recht positiv mitteilen konnte in dem Markt. Also das ist auch sehr, sehr gut und da freue ich mich, dass ich investiert bin und dass die Aktie jetzt langsam loslaufen kann. Die Aktie, also die Analysten gehen ja davon aus, Umsätze sollen ordentlich wachsen. 2024, das Geschäftsjahr 9 Prozent, 25, 18, 26, 13 Prozent und auch die Gewinne dieses Jahr soll flat bleiben. Also wir sind wahrscheinlich schon im Berichtsjahr 2024 bei Viva. Genau, richtig. Nur ein Prozent beim Gewinn je Aktie, 25, 20 Prozent und 26 sollen es 16 Prozent sein. Die Frage ist, wenn sie es schaffen, ist die Aktie dann teuer? Aktuell ist KGV für nächstes Jahr 33. Ich glaube, wenn sie das Wachstum einhalten, dann nicht. Wenn nicht, zu teuer. Genau, das ist so. Aber ist natürlich auch ein Cloud-Spezialist, so wie alle anderen Cloud-Spezialisten natürlich auch relativ teuer sind. Das wird immer mit eingepreist und deswegen ganz klar, die hohe Bewertung muss man auch erstmal rechtfertigen. Snowflake, du warst mal investiert, seitdem im IPO dachte ich sogar, ne? Machst mal eine Zeit lang dabei, dann hast du auch da mal die Reisleine gezogen. Genau, jetzt kamen die Quartalszahlen auch bei Snowflake und auch hier eigentlich gewinnseitig nicht schlecht. Und auch umsatzseitig hat man überdroffen, kann man nicht meckern. Die Aktien sind auch ordentlich nach oben gegangen an dem Tag, im Laufe der Handelstage dann aber auch natürlich hin und her geschwankt, wie die ganze Woche eben so war. Insgesamt aber, wie gesagt, positiv. Auch hier muss man sagen, eine sehr, sehr hohe Bewertung, Philipp. Da bin ich mir tatsächlich immer noch nicht ganz so sicher, ob ich hier rein möchte. Würde ich einfach die Seitwärtsphase, die gerade noch läuft, abmachen. 43 Milliarden Market Cap? Bei zwei, glaube ich, ne? Run Rates fast knapp erst über zwei Milliarden und Umsatz. Nächstes Jahr soll sie bei vier Milliarden, das glaube ich eher nicht. Ich glaube nicht, dass sie nochmal doppelt so schnell, also sie haben jetzt 50 Prozent. Glaubst du, das geht wieder auf 100 Prozent? Schwer zu sagen, ja. Wird sich zeigen. Also, Warren Buffett ist, glaube ich, auch noch investiert, ja. Ja. Ist ja dann doch noch, ich sage mal, prominent. Ja, müssen wir mal schauen, wie es dort eben weitergeht. Dann, du bist investiert, Broadcom. Oh, yes. Wie waren die Zahlen? Ich habe gar nichts mitbekommen. Ich war, wie immer, nur am Arbeiten. Ja, siehste, ich habe wie Urlaub. Wie immer, nichts gemacht. Habe ich nichts zu tun und schaue immer so im Schlaf. Oh, ich bin 5 Prozent im Plus. Es war nicht schlecht. Richtig, es waren an sich gute Zahlen. Vor allen Dingen auch gewinnseitig hat man 17 Dollar Cent je Aktie überboten, also sprich auf 10,33 Dollar. Der Umsatz wurde mit fast 9 Milliarden Dollar um 15,7 Prozent, ja, im Vergleich zum letzten Jahr, Vergleichsquartal, geschlagen. Auch da die Erwartungen übertroffen. Die Aktien, ich glaube, so 4, 5 Prozent im Plus am heutigen Tage. Und auch die Guidance, also sprich der Ausblick ist durchaus positiv. Hier gibt es also wenig zu meckern. Broadcom selber gibt also hier ordentlich Gas. Und, und das kann man vielleicht gleich mal mit dazu noch erwähnen, denn zeitgleich hat auch VMWare berichtet. Und sie sind ja quasi, ja ich sag mal. Bald erhoffentlich eins. Genau. Sie gehören ja bald zusammen. So wie wir es auch schon im Aktiencheck besprochen hatten. War auch ganz gut, oder? Broadcom mit dabei. Und auch diese Zahlen waren sehr, sehr gut. Man hat den Umsatz, ich meine klar, der Umsatzwachstum ist natürlich immer noch nicht ganz schön, also nicht wirklich groß. VMware als Cloud Spezialist ist relativ, ich sag mal stagnierend für die Branche. Aber eben auch schon seit Jahren, muss man fast schon sagen. Günstig bewertet. Trotzdem eben, genau. Günstigere Bewertung. Und man muss sagen, auch hier gewinnseitig ordentlich. Die Aktie auch hier on top. Also vielleicht eine Hochzeit zweier echt starker Unternehmen. Ich bin gespannt, wann es soweit kommt oder wenn es soweit ist. Und dann auch, ich sag mal, positiv vonstatten geht. Ja, also ich bin auch, ich habe Broadcom nicht gekauft wegen VMware. Also ich würde es nur sehen als Mega-Tech-Software-Powerhouser natürlich. Also sie haben die Halbleiter-Kunden. Und da können sie natürlich auch die passende Software dazu noch mit anbieten. Das ist schon nicht schlecht. Genau, ich würde es kaufen tatsächlich nur, also schon vor allen Dingen wegen VMware. Überlegst du einzusteigen? Ja, ist tatsächlich auf einer Strong-Buy-Liste. Aber ich habe es noch nicht gewagt, weder beim einen noch beim anderen. Also wenn wir das eh nur Sinn machen, Broadcom in meinen Augen abwarten. Für mich ist noch nicht wirklich die Entscheidung dahingehend getroffen. Eine Enttäuschung möchte ich noch heute mitbringen. Achso. Und zwar C-Scaler. Die haben Quartalszahlen geliefert und die waren herausragend gut, wie ich finde. Und trotzdem bist du enttäuscht. Ja, genau. Kommt gleich dazu. Und zwar umsatzseitig wächst man in einem schwierigen Umfeld immer noch fast 52% umsatzseitig. Man hat die Erwartungen um 22 und fast 23 Millionen Dollar überboten bei 380 Millionen. Also es ist schon deutlich, auch prozentual. Und auch der Gewinn wurde deutlich überboten. Nun, das Einzige, was irgendwo ein klein wenig weniger gewachsen ist als 50% waren die Bookings. Das ist aber, ich sage mal, eigentlich nicht das größte Problem. Ja, die Aktie genau deswegen. Minus 12% nachbörslich und dann auch jetzt im Laufe des Handelstags ein bisschen hochgekauft, aber tatsächlich nicht wirklich stark. Und das, obwohl auch der Ausblick sonst jetzt eigentlich ziemlich gut war. Also erschreckend, wie sehr sensibel da reagiert wurde. Eigentlich waren das positive Nachrichten, aber ja, offensichtlich sehen das die meisten hier anders. Insofern abwarten, wie es hier weitergeht. Ich glaube, das könnte eine gute Chance sein, wenn man diesen Rücksetzer nutzt und das clever macht. Auch hier natürlich die Bewertung immer noch hoch. Cybersecurity und Cloud. Also das sind natürlich zwei Kombis, die hier hohe Bewertungen mit sich führen. Noch immer hat man natürlich die Möglichkeit, wir haben, unsere Quelle ist hier Seeking Alpha. Bestimmt. Und ihr könnt natürlich immer noch das Monatsabo über uns abschließen, Jahresabo, für 99 Dollar über uns abschließen. Link packen, wenn die Show-Notes wichtig ist. Wir nehmen jetzt einen Bitly-Link. Wie gesagt, Mailware wird auf unserer Webseite angezeigt. Deswegen immer fleißig liken, kommentieren, abonnieren, damit wir noch viel, viel mehr davon kriegen. So ein Quatsch. Also wer so Mist bei uns macht, warum? Naja, egal. Marcel, es lohnt sich ja auch tatsächlich, uns auf Instagram zu folgen, weil ich glaube, es gibt niemanden, den wir nicht antworten. Selbst den ganzen Forex-Tradern, auch denen antworten wir den ganzen Tag hin und her. Wie viele Millionen hast du jetzt mit Forex eigentlich schon verdient? Ja, Wahnsinn, ey. Wahnsinn. Ach Leute, also das finde ich wirklich, also diese ganzen, auch wie viele Fake-Accounts jetzt langsam rumgehen, selbst von uns. Und auch da danke, dass ihr uns folgt, weil ihr schreibt uns dann natürlich immer. Und uns fehlen noch knapp 130 zu den 5000. Wäre schön, wenn wir das vielleicht mal voll machen können. Also folgt uns da, unterstützt uns. Und dann kann es dir auch ergehen, wie dem lieben Max. Und der Max hat uns geschrieben, oder er hat gefragt, was ist eigentlich eure Meinung zu Jackson Financial? Und die WKN ist A3CY1L. Weißt du, was Jackson Financial macht? Nein, nicht direkt, muss ich zugeben. Also sie sind eine Holdinggesellschaft und das Unternehmen bietet eine Reihe von Rentenversicherungen für Privatanleger in den Vereinigten Staaten an. Es bietet auch feste Indexrenten und feste Rentenprodukte an. Und was sagt uns das? Sie sind wahrscheinlich gekoppelt natürlich an die Entwicklung der Staatsanleihen. Und wenn wir uns den Kurs angucken, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil er hatte ja schon geschrieben, boah, die sind richtig eskaliert. Klar, in sechs Monaten 41%. Das musste ja erstmal einer nachmachen. Hier wurde natürlich voll eingepreist, dass die Zinsen für Staatsanleihen in den USA sehr hoch sind. Das schlägt sich natürlich wieder positiv auf die Rendite aus. KGV von 2,49. Dividende von 5,26. Marcel, ich glaube, hier gibt es nicht mehr viel Rendite zu holen, muss ich tatsächlich sagen. Was denkst du? Ja, absolut. Man sieht auch, dass die Umsätze ja auch wieder zurückgehen sollen. Deswegen man hat hier so ein, ich sag mal, ein gewisses One-Hit-Wonder, was man jetzt, ich sag mal, gespielt hat, wo man jetzt schon wieder in den Hochs ist. Also man ist ja auch am Allzeithoch quasi wieder gescheitert und ist wieder abgeprallt. Erstmal zurück auf die kleidenden Durchschnitte. Und man muss sagen, klar, also Bewertungstechnik sieht das erstmal auf den ersten Blick sehr, sehr günstig aus. Aber was man nicht vergessen darf, meistens liegt da was im Argen. Das sind entweder schlechte, also irgendwelche Sachen, die im Hintergrund, die wir als Anleger nicht sehen können. Oder eben tatsächlich ein Jahr, was besonders auffällig stark war. Und danach aber dann die nächsten Folgejahre eher stagnieren sind oder vielleicht eben nicht mehr wachsen. Und das ist eben genau der Grund, warum wir hier vielleicht die Umsätze noch brutal zurückgehen. Von 14,55 Milliarden auf 6. Würdest du einsteigen? Nein, nein, schon gar nicht auf dem Niveau. Es wäre eher eine Spekulation auf einem anderen Niveau gewesen. Aber tatsächlich finde ich, nee, ich glaube, wenn Financial, würde ich jetzt Alli Financial noch im Blick halten. Die sind, ich sag mal, sinniger bewertet. Also das ist nicht ganz so, Alli Financial hat man vielleicht mal gehört von Warren Buffett. Der hat jetzt zwar verkauft, aber ich finde, das ist immer noch eine gute, vielleicht auch eine gute Bewertung. Gerade auf Value-Sicht, muss man sagen, könnte da noch eine Chance liegen. Aber bei Jackson wäre ich dann auch raus. Pfizer, Philipp, ist auf meiner Watchlist. Ich habe gelernt diese Woche, dass Pfizer nicht in den Top 5 der größten Pharmakonzerne der Welt ist. Wusstest du das? Boah, ich dachte immer, sie sind so... Ich hätte die Rangliste jetzt nicht im Kopf gehabt, aber tatsächlich... Ich suche die Rangliste nochmal raus. Du erzählst uns, was bei Pfizer ist. Ja, also Pfizer, ich bin ja tatsächlich interessiert, mal einzusteigen. Nein, einfach aufgrund dessen, weil Pfizer sehr breit diversifiziert ist. Sie sind sehr umtriebig, sie kaufen sehr viel ein oder möchten sehr gern viel kaufen. Und ja, stimmt, passt auch ganz gut. Ja, das war jetzt eher nicht ganz so gewollt, aber es war gut. Ja, Pfizer, also möchte jetzt aber eben auch eine Übernahme tätigen. Und zwar möchten sie Z-Chin übernehmen. Schon wieder, die übernehmen aber ja wirklich viel. Für wie viel? Und zwar geht es diesmal um knappe 30 Milliarden Dollar, die Z-Chin kosten würde. Und das berichtet zumindest das Wall Street Journal. Und jetzt gibt es hier natürlich auch wieder kartellrechtliche Bedenken. Muss man natürlich manchmal schauen. Und diejenigen, die unserem Podcast schon länger folgen, die haben Z-Chin schon mal gehört. Und zwar, weil Z-Chin schon mal Bestandteil der Übernahme sein sollte von Merck, der US-amerikanischen Merck. Und die wollten damals 40 Milliarden auf den Tisch legen und der Deal kam nicht zustande. Und nun ist Pfizer dran und versucht eben hier tatsächlich das Portfolio zu erweitern. Denn Pfizer hat ein großes Problem. Pfizer wird… The pipeline. Ja, genau. Bis 2030 werden Patente in Höhe des Umsatzes von 17 Milliarden Dollar ausfallen. Und das ist schon doch beachtlich viel. Das ist nicht wahnsinnig bedenklich, aber es wird natürlich für das Wachstum sehr missträglich sein. Und jetzt wird es spannend, wenn Z-Chin dabei wäre. Sie verfügen über wirklich sehr viele vielversprechende Krebstherapien, wo sie eben dran sind zu forschen und da auch in Richtung Zulassung gehen. Und wenn das natürlich klappt, wäre das für Z-Chin top, aber eben dann auch für denjenigen, der die übernommen hat. Insofern wäre es auch für Pfizer stemmbar. Sie haben knapp 23 Milliarden Dollar Cash. Natürlich durch den Corona-Geldsegen, den sie natürlich durch die Impfstoffe mitverdient haben. Aber eben auch durch die Medikamente. Das darf man auch nicht vergessen. Insofern, interessanter Player. Hier hatte ich bisher immer so meine Bedenken. Pfizer hatte diesen Einmaleffekt. Natürlich wahnsinnige Umsatzschübe aufgrund der Corona-Geschichte. Und jetzt geht das natürlich erstmal alles wieder zurück. Die Frage ist, wie lange dauert das? Ich möchte erinnern an Chilliatt, die mal nach ihren wirklichen Run enormst über Jahre hinweg nach unten durchgereicht wurden. Einfach weil es einfach keinen neuen Blockbuster gab, der hier den Umsatz wieder auf neue Höhen steigen lassen hat. Insofern muss man hier ein bisschen aufpassen. Wobei also jetzt dieser Abverkauf in Richtung 40 schon sehr, sehr, naja, es kribbelt in den Fingern. Man hätte da einen durchaus angenehmen Dividendenwert. Und ja, auch mit ein bisschen Fantasie. Aber ja, es gibt natürlich auch noch Alternativen. Auf jeden Fall. Alternativen haue ich dir jetzt mal um die Ohren. Bitte. Größtes Pharmaunternehmen der Welt. Was mir jetzt, was würde dir einfallen? Roche? Nein. 397 Milliarden Market Cap. Dann ist es Johnson & Johnson. Johnson & Johnson. Platz 2. Ich war sehr überrascht. M-Jet? Nee. Novo Nordisk. Novo Nordisk doch. Wahnsinn, oder? 322 Milliarden. Auch nicht klein. Eli Lilly. 284 Milliarden. Merck. 271 Milliarden. Pfizer. 228. Die Luschen. Da kann noch was kommen. Wahnsinn. Also hätte ich tatsächlich gar nicht so gedacht. Okay, krass. Also hättest du Novo Nordisk so weit vorne geraten? Ich hättest ja fast gerade auf Platz 1 versehentlich. Ja, das stimmt. Ja, versehentlich. Also eine Vorstellung. Tatsächlich. Möchtest du eine Wette machen heute im Podcast? Wer von denen? Na gut. Johnson & Johnson wird wahrscheinlich auf der 1 bleiben. Ja, das wird glaube ich gar nicht so schwer. Auch aktuell sehr, sehr interessant. Um das vielleicht mal noch einzuschieben. Johnson & Johnson auf dem Niveau. Wäre ich jetzt schon drin tendenziell. Aber was mich stört, ist tatsächlich noch, dass diese ganze Kunde... Genau, die Abspaltung. Ich will die, nachdem die Abspaltung stattgefunden hat, erst kaufen. Insofern ist das leider für mich noch kein Thema. Aber trotzdem sehr, sehr interessant aktuell. Wusstest du? Schätzfrage. Okay. Wie viele Wärmepumpen wurden in den ersten drei Quartalen 2022 in Deutschland produziert? Boah, keine Ahnung. Null Vorstellung dafür. 243.200. Fast hätte ich richtig gezippt. Die Nachfrage ist sehr, sehr hoch und das ist ein Plus von fast 50% gegenüber dem Vorjahr. Das hat das Statistische Bundesamt am Freitag, also Freitagabend, wir nehmen Freitag auf, in Wiesbaden mitgeteilt. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie könnte man das spielen? Wir spielen das natürlich über die MVI Holding mit Niebe, das mehr investiert. Und aktuell, Marcel, sind wir nur noch 19% im Minus. Also die Aktie kommt wieder hoch. Ein wahrer Dauerläufer, muss man ja tatsächlich auch sagen. Langfristig, ja. Jetzt habe ich mir überlegt, vielleicht gibt es ja noch andere Alternativen für jemanden. Und fällt dir da jemand ein? Also natürlich die Deutschen, Fisman, Weiland, sind natürlich alle nicht börsennotiert. Ganz genau, das ist das Thema. Also viele sind da ja privat. Ein großer Player ist Panasonic. Ja. Ist natürlich, finde ich gar nicht so uninteressant, auch mit dieser ganzen Batteriesache. Sie arbeiten ja sehr, sehr stark auch mit Tesla zusammen. Ja. Mitsubishi Electric. Ja. Könnte man sich mal anschauen, vielleicht auch mal interessant, so ein Konglomerat auseinanderzunehmen. Und natürlich, wie kann es anders sein, aus Schweden, Alpha Laval. Laval. Laval, äh, L-A-V-A-L. Damit man sich das... Sie machen Komponenten für die Wärmepumpe, ist vielleicht so ein kleiner Schraufelhersteller. Ähm, könntest du mir mal dazu charttechnisch was sagen? Zu Alpha Laval? Ja, weil die schwedischen Aktien sind ja eigentlich immer so berühmt-brüchtigt. Macht man eigentlich nie was, also nicht unbedingt falsch. Ob sie ein Dauerläufer sind? Muss man es ja erstmal finden. Und hier haben wir es. Ähm, ist es tatsächlich natürlich auch volatil, das darf man auch nicht ganz vergessen. Aber, ja, insgesamt sieht es positiv aus, ja. Nicht schlecht, wobei jetzt auch nicht, also auch kein echter, wahnsinniger Bulle, ne. Das darf man auch nicht vergessen. Schauen wir mal noch kurz. Ist so ein bisschen über die Jahre hinweg natürlich auch eine lange, lange Zeit. Trader Fox, 9,02 Prozent in den letzten 10 Jahren. Ja, in Ordnung. Ja, absolut. Absolut. Wobei man sagen muss, dass natürlich davor auch mal 15 Jahre nichts passiert ist. Insofern könnte es jetzt die Sternstunde sein, die hier für dieses Unternehmen spricht. Eine weitere Übernahme wird hier wahrscheinlich in Deutschland stattfinden. Und zwar GK Software. Aus Sachsen. Oder? Nein, tatsächlich nicht. GK Software, oder verwechsel ich die gerade? Kann sein. Weiß ich jetzt auch nicht. Schau mal. Schau mal nach. GK Software ist ein Unternehmen, welches sich aktuell oder allgemein spezialiert auf Cloud-Lösungen führt in internationalen Einzelhandel. Ist aus Sachsen, Schöneck, Schöneck, aus dem Völkland. Ah, okay. Dann tatsächlich doch sehr nah, ja. Und ja, also eigentlich ein kleiner Hidden Champion, muss man sagen, in Deutschland. Und sie haben diese Woche ja eine Nachricht veröffentlicht, dass man wohl übernommen wird vom IT-Riesen aus Japan, Fujitsu. Ist ein Unternehmen, welches in Japan doch sehr erfolgreich ist, über die Jahrzehnte hinweg. Natürlich ist es ein großes Konglomerat, wie es in Japan eben üblich ist. Und tatsächlich, ich kenne GK Software praktisch eigentlich bei zum Beispiel Netto, habe ich es schon mal gesehen, aber auch bei anderen Einzelhandelsgeschäften gibt es die auch schon als Ausstatter. Und da sieht man es öfter mal aufploppen, dieses Logo. Und geboten werden den Aktionären 190 Euro je Aktie. Das wäre eine Bewertung von knapp 450 Millionen Euro. 31 Prozent ging die Aktie natürlich hoch, klar, weil der Vortag eben deutlich geringer war. Und jetzt kommt was Wichtiges und Interessantes, es kommen nämlich Vereinbarungen dazu. Also man würde dem Deal nur zustimmen seitens GK Software, und das hat man jetzt schon verhandelt, wenn GK Software nicht beherrscht wird von Fujitsu, sondern immer noch eigenständig arbeiten darf und da eben keinerlei Sachen aufoktroyiert bekommt. Außerdem sollen die Wachstums- und Unternehmensstrategien weiter so fortgeführt werden, wie sie bisher eben auch bestimmt sind. Und die Belange der Mitarbeiter und der Standort in Schöneck sollen erhalten bleiben, was ich auch sehr, sehr gut finde, dass man hier natürlich versucht, okay, so ein bisschen diese Heimatreue auch weiter zu erhalten. Beide Gründer und der Vorstand haben auch dieser Übernahme schon zugestimmt. Weißt du, wie viel Prozent die halten? Die halten, ich glaube, 50 fast. 40,65 Prozent. Also schon einen sehr, sehr großen Anteil, muss man sagen. Also Glückwunsch an die Investierten, also alle, die da irgendwo schon mit dabei sind. Die haben natürlich jetzt ein schönes Upgap. Was würde ich jetzt machen? Ciao, Kakao. Ganz genau. Ich würde einfach jetzt den Übernahmepreis so nahe wie möglich nutzen, um die Aktie zu verkaufen. Denn es ist ja unwahrscheinlich, wenn alle schon zugestimmt haben, dass es hier nochmal ein neues Angebot gibt. Daher würde ich sagen, ja, Gewinne mitnehmen, das Kapital nicht tot rumliegen lassen. Und bevor es noch irgendwie vielleicht sogar scheitern könnte, was auch immer passieren mag, dann kann man es einfach verkaufen. Die halten auch ihr Wort. Ich würde MVI auch an Japaner verkaufen. Auch an Fujitsu. Cool. Für, was hat man gesagt? Vier Milliarden. Genau. Du lernst mit der, wir müssen dann. Nicht Milliarden Yen. Japanisch. Ganz wichtig. Wir werden Japanisch lernen. Hi, hi, hi. Nestlé steigt bei YFood ein. Jetzt ist natürlich die große Frage, werden die ganzen unabhängigen Influencerinnen und Influencer auf Instagram, die sonst immer YFood gehypt haben, werden sie jetzt ihre Moral erkennen, dass Geld doch stinkt? Und werden sie sagen, bah, schmeckt ja eigentlich doch nicht. Und das kann nicht sein. Was wird passieren, Marcel? Wir haben ja gesehen, Ankerkraut wurde von Nestlé übernommen. Komplett. Komplett. Und viele Influencerinnen und Influencer haben gesagt, das ist nicht mehr meine Firma. Das ist nicht mein Kraut. Das ist nicht mehr mein Kraut. Was? Das kann man wohl gar nicht rauchen, sondern ans Essen machen. Jetzt kann man es noch. Und jetzt gibt es noch eine Trinkmahlzeit. Oh Gott. Ganz schlimm. Also, Nestlé, ihr dürft uns auch gern für vier Milliarden Euro übernehmen. Nein. Also, machen wir uns nichts vor. Das Unternehmen, Mehrheitsbeteiligung hat Nestlé jetzt an YFood übernommen. Du bist begeisterter Kunde, ich bin begeisterter Kunde. Tatsächlich, ja. Ohne bezahlte Werbung. Ohne bezahlte Werbung. Die einzige Angst, die ich jetzt habe, das bekannteste Produkt von Nestlé ist, enttäuscht mich jetzt nicht. Das bekannteste? Ja. Ich kenne einige, aber was bekannteste? Maggi. Maggi ist bekannteste. Ich habe jetzt Angst, dass es bald die YFood Maggi Edition gibt. Das würde, glaube ich, den Absatz in Deutschland eskalieren lassen. Das stimmt. Grüße gehen raus an meinen Vater. Überall Maggi ran. Okay, cool. Naja, also Spaß beiseite. Ich bin gespannt. Ich freue mich für die Gründerinnen und Gründer, wenn du etwas aufbaust. Es ist, glaube ich, sehr, sehr schwer, auch dann dein Baby daherzugeben. Und wenn man überzeugt ist, ich finde auch der Marc Schneider, Marc-Ulf Schneider, macht das einfach fantastisch. Er ist der CEO von Nestlé. Er ist der CEO. Genau. Er macht das fantastisch und, warum nicht, kam, also ich, einem Schelm, der jetzt schon wieder sagt, boah, ja, es kann nicht sein. Ach Gott, ja, immer die, also, ja, wir kennen diese moralischen Sachen ja immer, die da angepusten werden. Ich finde es klasse. Es ist wieder eine Hilfe für YFood. YFood habe ich als Kunde schon vor dem Auftritt der Höhle der Löwen entdeckt für mich, weil es sehr, sehr praktisch in meinen Alltag gepasst hatte tatsächlich. Und dann hat ja Frank Thelen investiert während der Höhle der Löwen. Das ist jetzt die schwierige Frage. Er war ja auch, glaube ich, bei Anker. Er wird, denke ich, auch mitverkauft haben. Ist er besser im Bereich Food Investment oder Tech? Ja, weiß man nicht. Auf jeden Fall war das ein sehr, sehr guter Deal, den er da eingehandelt hat. Und das, ja, kann man nur Glück wünschen. Ich habe ja gesagt, dass ich jetzt auch noch meinen kleinen einen Lifehack nennen werde. Okay, ist ja jetzt schon soweit. Okay, bereit. Also definitiv nicht nachmachen. Aber Philipp ist hungrig und im Hotel und hat sich bei Rewe oder woanders natürlich eine Little Lunch Suppe gekauft. Ah. Und jetzt will er die warmen machen. Wie macht er das? Er macht etwas Wasser in den Wasserkocher. Ja. Macht den Deckel auf. Oder habe ich noch? Egal. Stellt die Suppe rein. Ja. Und macht den Wasserkocher an. Was passiert? Also mir ist nichts passiert. Die Packung schmilzt. Nee. Nein. Die Suppe wurde warm. Okay. War mega. Okay. Okay, wegen Brandschutz der Sachen natürlich aufpassen. Also man sollte es nicht nachmachen. Ja. Ganz wichtig. Aber ich fand, es war ein super Lifehack. Okay. Ja, das nehmen wir mit und kommen zu deinem Top der Woche. Mein Top der Woche. Trommelwirbel bitte. Wir sind investiert und wir sind im Plus wahrscheinlich. Wo ist sie? Die Lua. 51,46 Prozent. Mein Arbeitgeber hat einen riesen Anteil daran an diesen Preisen, die die Lufthansa aufruft. Aber wer den Markt kontrolliert, kann auch die Preise festsetzen. So ist es. Und deswegen ist mein Top der Woche. Die Lufthansa. Sie kommen schneller als erwartet aus der Krise. Hervorragende Quartalszahlen haben sie berichtet. Marcel, der Umsatz stieg um unglaubliche 95 Prozent auf 32,8 Milliarden. Soweit sind wir noch nicht. Milliarden Euro. Und unterm Strich verdiente man 791 Millionen Euro nach einem Fehlbetrag von 2,2 Milliarden im Vorjahr. Ja. Und jetzt. Mega. Ich glaube, hier hört jemand aus dem Vorstand unseren Aktienpodcast und weiß, dass wir finden, dass Zykliker, die es relativ schwierig haben mit ihren Geschäftsmodellen, nicht immer eine Dividende erhöhen sollten oder ausschütten sollten. Und sie werden dieses Jahr keine Dividende zahlen. Weil sie sagen, wir lassen das Geld noch in der Company, wir wollen unser Eigenkapital stärken. 20 Prozent fast jetzt Eigenkapital. Man hat ja sehr, sehr viele Staatsschulden auch zurückgezahlt. Unfassbar. Ja, man glaubt es gar nicht. Das ist Deutschland, ja. Wirklich, wirklich toll. Viele werden ja sagen, nein, Philipp, das ist doch keine positive Nachricht. Das ist nicht toll, aber ich finde es auch toll. Und zu Recht wurde auch der Vertrag von dem CEO, Herrn Spohr, um fünf Jahre verlängert. Ja, nicht schlecht. Auf jeden Fall. Und weißt du, was ich jetzt richtig gut finde? Habe ich dir das erzählt, was sie anbieten? Wenn du jetzt ein Flugticket buchst bei der Lufthansa, viele sagen ja, ach, es muss nachhaltiger sein. Und es gibt ja die Möglichkeit, diese Green Fuels auch mit reinzudanken. Ist relativ teuer. Und jetzt hast du einen weiteren Reiter sozusagen. Du kannst ja verschiedene Tarife buchen. Und es gibt jetzt einen Green-Tarif. Greenwashing auf höchstem Niveau fliegen macht jetzt richtig Spaß. Und da kannst du, glaube ich, 20 Prozent sind es nachhaltige Projekte. Und 80 Prozent sozusagen wird noch für deinen Sitz das auch in die Flotte mit reingetankt. Dieses nachhaltige CO2-frei oder geringere CO2-Kerosin. Und für alle Meilenjägerinnen und Jäger, es gibt 20 Prozent mehr Meilen. Coole Sache. Finde ich schön. So hat jeder die Wahl. Ja, ich möchte mal darauf eingehen, warum wir das gut finden, dass keine Dividende gezahlt werden. Ja, bitte. Weil man hat, ich sage mal, wirklich schwierige Jahre hinter sich gehabt. Man weiß, man müsste jetzt zu schätzen wissen, spätestens jetzt, was es heißt, wenn man einen Cash-Polster hat. Und gerade wenn man jetzt so aus den Krisen herauskommt, man hat sehr viel, also nach wie vor, klar, man hat gerade eine gute Zeit. Es läuft gerade bei der Lufthansa, aber man muss natürlich auch bedenken, dass immer noch sehr viel Gegenwind ist. Also ja, wir haben den Krieg nach wie vor. Wir haben auch immer noch hohe Energiepreise. Natürlich auch die Kerosinpreise, die nicht ganz ohne dastehen. Das darf man auch nicht vergessen. Also hier ist sehr viel noch drin. Hier kann sehr viel passieren. Und um hier flexibler zu bleiben, macht das absolut Sinn. Und auch im Sinne der Aktionäre. Das darf man auch nicht vergessen. Also es ist jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwann wie weggenommen ist, sondern am Ende des Tages ist es gut für die Aktie, damit die sich ordentlich entwickelt und das Unternehmen eben auch operativ gut dasteht. Und das, denke ich, ist deswegen eine sehr gute und positive Nachricht, wie wir denn, muss man sich leisten können. Und das ist, glaube ich, hier nicht oder noch nicht unbedingt der Fall und nicht notwendig. Meine Spekulation für diese Folge, die Lufthansa wird zwar am Ende 2023 höher stehen als heute. Ja, das ist machbar. Hallo? Das sind gute Punkte. Du musst heute noch eine bringen. Ich liebe deinen Mut. Und nein, viele werden jetzt denken, äh, dann bringt der jetzt bestimmt gleich als nächstes Thema, als Flop der Woche. VW wird aber nicht passieren. Okay. Was war denn dein Top der Woche? Ja, mein Top der Woche. Und da werden, oder da würden mich jetzt wahrscheinlich, die deutsche Presse, Medienlandschaft würde mich wahrscheinlich auseinanderreißen deswegen. Aber ich habe mir tatsächlich den Tesla Investor Day angeschaut. Ehrlich? Von, ja, ich sage mal 22 Uhr ging es los. Gut, 22 Uhr, 25. So lange hat es gedauert, bis dann tatsächlich, ja, die Garde der Führung von Tesla dann eben aufgelaufen ist. Bis abends oder nachts um 2 Uhr. Also so lange habe ich mich wachgehalten. Und es war, natürlich war viel erwartet worden. Also man hat vor allen Dingen ein Auto, vielleicht auch eine Neuvorstellung erwartet teilweise. Es war also sehr bedeckt. Aber tatsächlich, muss ich sagen, so als Zusammenfassung, und das wird jetzt relativ schnell auch mal in Kürze zusammengefasst und nicht auf vier Stunden ausgedehnt. Natürlich haben dann immer die jeweiligen Führungskräfte auch gesprochen in ihren Gebieten. Und ich muss sagen, in jedem Gebiet, was gesprochen wurde, also natürlich von Nachhaltigkeit über Design, Effizienz, Laden, Infrastruktur, Ausbau der Fabriken und Co. Alles, wie man jetzt effizienter wird, wie man es eben schaffen möchte, diese Preise pro Modell zu halbieren. Und das ist eigentlich so die Message, das es hier für mich zum Top gemacht hat. Also man schafft es tatsächlich aufgrund des Optimierungsbedarfs im Prozess, hier auch nochmal deutliche Gewinne einzufahren. Das heißt, tatsächlich den Preis für die Produktion und die Hälfte zu senken, das muss man erstmal machen. Finde ich großartig, ist top. Insgesamt, weil man natürlich sieht, okay, wir haben eh schon die besten Marschen. Also werden sie natürlich dadurch noch viel mehr angreifen. Und wenn man jetzt mal überlegt, ich habe jetzt mal recherchiert, ein Kleinwagen elektrischerseits, kostet der durchaus auch um die 30.000 Euro. Also E, reines E, ohne Hybrid, ohne alles. Rein klassisch elektrisches Fahrzeug. 30.000 Euro, so ein E-Mini zum Beispiel, ja, auf Fiat 500, da ist jetzt noch nicht so viel drin, beim E-Mini sowieso nicht. Und wenn man es schafft, hier, ich sage mal, so ein Model 3 für die Hälfte anzubieten oder von mir aus auch bloß 60 Prozent. Also das haben sie auch angekündigt. Das ist noch nicht, also man wird das, die Next-Gen-Fahrzeuge, haben wir das genannt. Das kann jetzt ein neues Modell sein, was vielleicht noch vorgestellt wird, bleibt unbeantwortet. Das ist das, was die Presse auch, ich sage mal, hier ganz stark ankreidet, dass man nichts Konkretes hat. Man hat nur den Weg dahin. Aber es kann auch sein, dass Model 3, Model Y und so weiter und so fort dadurch natürlich auch günstiger angeboten werden können. Wie auch immer, umso günstiger man das anbieten könnte, umso mehr hat man die Flexibilität und den Wettbewerbsvorteil im Vergleich zu allen anderen Herstellern, die eben genau dieses Thema noch nicht haben oder überhaupt nicht haben. Und das ist schon ein echt, finde ich, ein ziemlicher Mehrwert auf langfristige Sicht, dass hier Tesla auch weiterhin stark Fuß fassen wird. Denn eigentlich waren das gute Nachrichten, nur, dass sie eben, ich sage mal, die Erwartungen für dieses Investor Day noch viel höher lagen mit konkreten, hier neues Modell, zack, kostet nur noch 25.000, keine Ahnung. So war es wahrscheinlich erwartet worden, deswegen die Aktie erst mal danach unter Druck, aber jetzt auch schon wieder erholt. Und insofern heißt es wild. Das gab es ja bei YouTube zu sehen, richtig? Komplett, ja. Gab es da einen Live-Chat? Ja. Da ging es wahrscheinlich richtig ab? Nee, im Chat habe ich es nicht gesehen, ich habe wirklich nur das Video angeschaut. Achso, weil sonst hättest du mal fragen können, wann mein Tesla aus der Werkstatt endlich zurückkommt und wann sich mal jemand wieder meldet. Ja, aber ist ja egal, du hast ja einen. Das stimmt, das zweite Mal jetzt schon, in wenigen Monaten, hat mein Tesla gesagt, du nicht. Du kriegst heute keine ABS und Serverlenkung. Ja, naja, man steckt nicht drin. Es gibt natürlich auch andere Fahrzeuge. Also ich verzeihe zweimal. Ja, man sagt ja immer, einmal ist keinmal. Wenn ich beim zweiten Mal jemand einen, also man sagt ja, wenn dich beim ersten Mal jemand einen Esel nennt, Marcel, dann musst du ihn verprügeln. Beim zweiten Mal auch. Beim dritten Mal, was machst du dann? Dir einen Stahl suchen. Okay. Und sollte es nochmal passieren, dann bin ich raus. Dann gibt es keinen Tesla für mich mehr. Ja, ist doch okay. Schade eigentlich. Also ich bin ja, ich bin überzeugt vom Auto, aber ich habe ein bisschen Angst. Ich bin gespannt, was du sagen. Ich kenne viele Freunde von VW, also ich komme ja aus einer VW-Region. Nee, ich werde dann Fahrrad fahren. Nee, jetzt komme ich aus einer VW-Region und dort haben welche gehabt nach 80.000 Kilometer. Der Motorschaden darf auch nicht passieren. Also du steckst nicht drin. Du steckst nicht drin. Du kannst ein Motorrad bei allen Geräten haben und wenn du da Pech gehabt hattest, ist das ärgerlich. Vielleicht habe ich auch eins. Keine Ahnung. Ich bin gespannt, wie sie jetzt reagieren. Man muss es auf jeden Fall immer differenzieren und nicht auf die Schallistin. Definitiv. Also ich habe auch einen Arbeitskollegen, dem ist schon der Motor geplatzt bei 100.000. Das ist auch schon ein M3 abgebrannt auf der Autobahn. Das haben wir auch nicht vergessen. Also ich bin gespannt, weil ich sage ja immer so schön, hinten kackt die Ente und ich erwarte jetzt schon, dass man mir auch mal erklärt, was da passiert ist. Also ich bin da ja auch sehr offen, aber ich bin gespannt. Das ist spannend. Heute leider, auch wieder am Freitag, Pieck und Kloppenburg. Finde ich eigentlich einen schönen Laden. Gibt es viele auch schöne Angebote. Doch, sehr schön. Deswegen bin ich immer so stilvoll gekleidet. Einer der größten deutschen Modehändler geht jetzt in eine Schutzschirminolvenz. Und man sagt ja so schön, leider geh mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit. Und die Modebranche hatte schon meines Erachtens nach vor Corona ein Problem. Das wurde natürlich beschleunigt durch die Corona-Pandemie und jetzt zeigt sich eigentlich das Ausmaß. Und Marcel, ich war überrascht. Ich habe in der Wirtschaftswoche eine Übersicht gesehen, wie viele Modehändler eigentlich in Deutschland in der Insolvenz sind. Hast du gerade schon die Liste angeguckt oder könntest du mal raten? Also ich habe noch Adler-Modemärkte, tatsächlich noch im Hinterkopf, da ging es doch drunter und drüber. Galeria. Galeria ist ja auch, Kaufhof, beziehungsweise damals Karstadt war ja auch dabei. Da gibt es einige. Noch dabei sind Gerds, die Schuhe wusste ich gar nicht. Salamander, Klauser, die Schuhe kann ich auch noch. Orsay, das ist ja gut, jetzt wahrscheinlich eher so dein Laden gewesen. Ja, absolut. Dann Escada, Esprit sogar auch. Selbst Esprit ist ja, wow, okay. Und Hallhuber sind alle irgendwie im Insolvenzbereich. Schade. Schwierig. Ja, klar. Ich würde nicht versuchen, irgendwie auch in die Aktien von Adler, die streiten sich ja schon wieder mit den Gläubigern. Ja, Finger weg. Immer wenn irgendwo mit Insolvenz irgendwo ist. Das ist ein Adler ohne Flüge, der wird nicht mehr fliegen. Nicht mehr abheben, ja. Vielleicht noch von der Klippe, aber das war's. Wollen wir es nicht. Ja, ist traurig natürlich auch für die jeweiligen Arbeitsplätze, keine Frage. Definitiv, ja. Ja, definitiv, aber da muss ich auch wieder sagen, ich glaube, so hart es ist, auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen mit eine Teilschut an der Insolvenz. Und wie oft erlebt man es, man geht in irgendeinen Laden und ich persönlich, ich bin im Vertrieb, weißt du, und ich versuche immer, das Optimale für den Kunden zu finden. Du bist auch teilweise im Vertrieb. und wie oft geht man in Läden und du wirst als Feind angesehen. Als angelaunt. Als Feind und du hast das Gefühl, die Leute, die wollen gar nichts verkaufen und du sollst auf jeden Fall gehen. Ja. Also ich bin bereit, bei guter Beratung und gutem Service auch mehr zu bezahlen. Teilweise hat man, aber habe ich im Einzelhandel das Gefühl, das findet nicht statt. Und eins sage ich dir, eine künstliche Intelligenz und ein Chatbot, der beleidigt mich nicht oder der ranzt mich nicht an oder ignoriert mich. Ja. Ist so. Ist leid. Ja, mir tut es leid. Mir tut es leid. Aber ich kann es ja bestätigen. Du hast ja, ich bin ja selber im Einzelhandel auch, ich sage mal, manchen Einsätzen und muss sagen, da kann ich das gerade auch im Elektrofachmarkt auch durchaus bestätigen, dass da eben auch nicht jeder einen guten Tag hat, ja, den er eben dann auch immer rauslässt. Das ist nicht legitim, aber dann muss man sich mal acht Stunden zusammenreißen. Genau, richtig, ja. Genau, man lässt es halt raus und das ist halt einfach ein Riesenfehler. Vielleicht habe ich heute auch einen schlechten Tag. Lasse ich das an dir aus, erst wenn die Kamera aus. Genau. Nachher kriege ich wieder Backpfeife, es ist der Hammers wieder. Der Bett da hinten ist schon aufgebaut, du schläfst halt hier oben. Falls ich nicht heimkomme. Liebe Grüße, holt mich hier raus. Ja, also bin ich bei dir. Ja. Und ich wollte eigentlich noch, bevor du jetzt angefangen hast zu sprechen, sagen, dir wird es noch einige mehr geben. Da bin ich davon felsenfest überzeugt. Wird es Media Markt Saturn irgendwann treffen? Ja, Saturn vor allen Dingen erstmal. Also nicht als pleite, nicht als insolvent, aber ich glaube, die Strategie von Zekonomie erkannt zu haben. Oha, erleuchte uns. Also das ist natürlich nicht, dass ich das gut finde, sondern man hat bei Zekonomie jetzt erkannt, es ist sinnlos, Media Markt und Saturn beide parallel, manchmal auf hunderten Metern Abstand zu führen, weil Kosten, schwierig. Nicht nur Personalkosten, die auch übrigens fehlen, sondern, ja, jedenfalls hat man jetzt gedacht, wir machen jetzt die Werbung seit diesem Jahr. Wir sind Jahr eins. Damit auch die Letzten wissen, ach ja, Media Saturn gehört zusammen. Interessant, weil wenn ich vorher lieber zu Saturn gegangen bin, habe ich jetzt natürlich im Hinterkopf, ah ja, wenn Saturn nicht kann, dann kann ich auch zum Media Markt gehen. Das ist eigentlich das Gleiche. Das war es vorher eben so, ach nee, ich bin eher so für Saturn oder nein, ich bin eher für den Media Markt. Da gab es ja immer so Kunden, die eher etwas favorisiert haben und Media Markt ist ja bekanntlich die beliebtere Marke. Ich mag Media Markt auch mehr. Ist halt einfach, also keine Ahnung, so ein Gefühl am Ende, ist vielleicht eine Sympathie, vielleicht bin ich auch nicht blöd, wie ich das Disclaimer mal gesagt habe. Genau, und jetzt wird man die Menschen daran gewöhnen, dass es Saturn und Media Markt 1 ist, um, gehe ich ganz stark davon aus, uns vielleicht in einem Jahr mitteilen zu können, dass Saturn auch hier in Deutschland Geschichte ist. dann, ja, wird man schon wieder kleiner im Netz und man wird sich dann von Jahr zu Jahr verkleinern. Die wichtigen Punkte hat man trotzdem noch nicht gefunden, also warum man eigentlich im absteigenden Ast ist, das liegt ganz einfach auf, ja, von der Logistik bis hin zum Kundenfreundlichkeit teilweise auch. Einfach der komplette Paket für den Kunden, die Erfahrung ist einfach leider nicht immer gut. Weißt du, wie viel Prozent Umsatz Saturn beisteuert? Ja, nein, also ich weiß nicht, ob das halbiert ist fast, ne? Also ich glaube, irgendwas in den 21 Milliarden hat This Economy gemacht. Das wäre mal interessant, ich glaube nicht, dass der Umsatz groß zurückgehen wird bei This Economy, wenn sie Saturn sagen. Das glaube ich auch nicht, nein. Das glaube ich wirklich auch nicht. Aber gut, ist natürlich auch mal eine Standortfrage, das darf man nicht ganz vergessen. Mein Flop der Woche, auch kurz vor der Insolvenz zumindest, hat man jetzt zum ersten Mal Bedenken angeäußert oder allgemein geäußert und zwar Silvergate Capital. Ui, 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 ui. Und sie sind ja, ich sag mal, eine auf Kryptowährung. Die Bank, der die Kryptoinvestoren vertrauen. Ja, die Bank, genau. Schön auf den Punkt gebracht, Kryptowährungen waren ja in aller Munde und ich sag mal, die Banken haben sich ja immer mehr auf Kryptos auch spezialisiert. Und Silvergate Capital war ja, ich sag mal, die Bank, die es, ich sag mal, geschafft hat, ich sag mal, da wirklich ein gutes Produkt hinzustellen, dass auch, ich sag mal, alle auch ordentlich handeln konnten, Kryptowährungen. Und das war ja erfolgreich. Und doch, ich sag mal, ein interessantes Geschäftsmodell, was, ich sag mal, für den Punkt, für diese Sparte auch sehr gut war. Ja, nun aber, ja, wir wissen, Krypto in Schieflage, hier und da eine Pleite. FTX war hier auch natürlich ein großes Thema. Und jetzt gibt es eben auch die Zahlen und die waren wirklich erschreckend. Sehr, sehr stark hat man Verluste geschrieben natürlich. Und ja, jetzt hat man behördliche Prüfungen. Deswegen musste man jetzt auch die Zahlen, auch den Jahresbericht für 2022 komplett verschieben, weil man da noch nicht alles zusammen hat. Und ja, jetzt wird es natürlich auch regulatorisch problematisch. Und es kann sein, dass man nicht ausreichend kapitalisiert ist, weshalb die Aktie dann natürlich zu Recht mit über 50 Prozent abgestraft wurde und sicherlich auch im Laufe der nächsten Wochen weiter fallen wird, wenn es hier keine positiven Nachrichten geben sollte. Insofern Finger weg. Das Unternehmen sollte man sich vielleicht jetzt nicht ins Depot legen. Wird es eine Meme-Aktie? Das wäre doch jetzt mal hier für dich eine schöne Spekulierung. Ich habe gerade bei Wall Street Bets geschaut. Bin ich raus? Marcel, frage ich dich. Bin ich raus? Keine Ahnung. Ich unterstütze das Ganze mit Wall Street Bets auch nicht. Du musst ja heute noch was sagen. Ja, kriegen wir schon hin. Kriegen wir schon hin. Was man, unser Werbepartner, JustTrade hinbekommt, ist stetig sein Angebot zu erweitern. Das stimmt. Und was gibt es jetzt, Marcel? Weil JustTrade ergänzt die Zertifikate und ETF-Angebote und Produkte von JP Morgan aus den USA. Das ist natürlich enorm. Also tolle Kooperation. Tolle Kooperation. JP Morgan, eine der größten Investment-Bankenhäuser der Welt. Wer sich damit auskennt, man kann dann natürlich tatsächlich auch hier mit Zertifikaten und Hebelprodukten sehr, sehr viel Geld verdienen, aber auch sehr, sehr viel Geld verlieren. Also wenn ihr euch deswegen über unseren Link bei JustTrade anmelden möchtet, würden wir uns natürlich super freuen. So unterstützt ihr natürlich unsere Kooperation und habt jetzt auch Zugang zu den ganzen Zertifikaten und ETFs von JustTrade. Und JustTrade bietet 500.000 Zertifikate, Optionsscheine und Hebelprodukte. Dazu gibt es beliebte Wikifolios, 1800 ETFs, ETCs und ETPs und das alles zu 0 Euro Ordergebühren, zuzüglich Sprezz, ab 500 Euro Investment. Marcel, Krypto ist auch noch ein Megathema und du weißt ja selber, ich habe es schon gesagt, es gibt einen kleinen Philipp oder eine kleine Marcella und wir werden sehen. Aber auf jeden Fall gibt es jetzt schon den ETF-Sparplan, den habe ich gestartet, habe ihn auch eingerichtet. Super easy, ich logge mich mal schnell ein, ich würde sagen, wir gucken uns das mal an. Und da gibt es hier oben rechts so eine schöne Übersicht, einfach Sparpläne. Du siehst, wann wird ausgeführt. Ich habe 25 Euro einmal in den Fuzi All World ausschüttend und einmal in den Fuzi All World High Dividend. Und wir haben ja darüber gesprochen, warum haben wir mich auch nach dem Gespräch mit dir entschieden, lieber die ausschüttende Variante zu nehmen, anstatt die tesaurierende, wo man natürlich sagen muss, ist ja eigentlich viel besser, reinvestiert die Dividenden wieder selbstständig. Was glaubst du oder warum habe ich mich dazu entschieden? Schöne Frage, keine Ahnung. Du weißt es nicht mehr. Sag es uns, sag es uns. Also ich habe mich dazu entschieden, weil wenn irgendwann das Kind diese Anteile erhalten soll, zum Beispiel durch einen Depotübertrag, dann ist mir persönlich wichtig, man kann die Dividenden immer selbstständig reinvestieren, um dann im Alter auch von den Dividenden leben zu können. Wenn man die tesaurierende Variante nimmt, dann hat man einfach den Nachteil, da muss man immer zum Beispiel 3%, kann man dann jährlich rausziehen, aber über Verkäufe. Klar, man spart sich jetzt die Steuern, weil man sie nicht bezahlt, aber nichtsdestotrotz, ich glaube, ich würde es schöner finden, das Vermögen zu erhalten, um langfristig von den Ausschüttungen zu profitieren. Das ist der Grund, warum ich mich hier bei JustTrade für die ausschüttende Variante entschieden habe. Wenn man jetzt zum Beispiel das Ganze spielt über eine betriebliche Altersvorsorge, zum Beispiel über ein Rentenprodukt, da finde ich persönlich sollte man eine tesaurierende Variante, also eine reinvestierende, weil es ja dann am Ende eh in einem Produkt zum Beispiel verrentet wird, machen. Ich bin gespannt, alle können jetzt daran teilhaben, wie das sich jetzt entwickeln wird. Und man sagt ja ungefähr so schön, 50 Euro im Monat reichen aus, um eine gute Million mit 67 zu haben. Ja, probieren wir es mal. Nein, kauft sich ein Porsche mit 30. Ja, das wäre natürlich schade drum. Aber gut, nein, also ich bin gespannt und das richtig Coole, muss ich wirklich sagen, die meisten Aktiensparpläne werden ja so morgens um 10, um 11 ausgelöst, aber bei JustTrade um 16.30 Uhr, magst du uns kurz erläutern, wo liegt hier der Vorteil? Ja, der Vorteil ist, dass da halt auch die US-Börsen geöffnet haben und dann natürlich die Spreads auch deutlich geringer, beziehungsweise nahe Null gehen, ja, das ist schon echt faszinierend und da natürlich ein Riesenvorteil für einen selbst, weil man eben da nicht was bezahlt, was man eigentlich nicht bezahlen sollte, sondern eben hier doch geringe Spreads hat. Darüber hinaus darf man auch nicht vergessen, wie immer, und das haben wir schon sehr oft erwähnt und das muss man auch immer wieder erwähnen, die Übersichtlichkeit von JustTrade per App oder Web ist wirklich super. Ich bin immer noch begeistert, wenn ich da auf die Plattform gehe, es ist einfach, es ist sehr schnell eingeloggt. Wenn man einmal eingeloggt ist, kann man sofort loshandeln, man muss nicht jedes Mal irgendwas bestätigen und hier noch was und da noch was, das finde ich toll. Man kann also direkt loslegen und hat hier wenig Barrieren zum Traden oder einfach Handeln. Ja, was auch sehr, sehr schön ist, es gibt auch gleich immer dann die Abrechnung, kriegt man auch. Man sieht auch ganz klar, dass sie die Kosten einfach an einen weitergeben und dieser Spread, das ist ein Riesenmehrwert. Und natürlich, wenn man kauft oder verkauft, ich könnte ja jetzt mal, ich habe aktuell hier, ich habe viele Positionen auch von mir transferiert, aber ich habe zum Beispiel eine Position American Water Works und Asylum und wenn ich jetzt hier zum Beispiel mal auf Order aufgebe, wir nehmen auf Freitag, 3. März 19.08, sechs Stück im Bestand. Wenn ich jetzt sage, verkaufen, dann sehe ich auch live hier immer direkt die Spreads. Und da sehe ich zum Beispiel Lang und Schwarz 0,23%, Quotrix 0,34%, Tradegate 0,33%. Kann verschiedene Ordertypen einstellen. Also hier ist für jeden was dabei. Ich persönlich finde, es ist hervorragend geeignet für einen ETF-Sparplan-Depot zum Beispiel oder auch ein Trading-Depot. Ja, absolut. Wenn man tatsächlich sagt, Mensch, du zum Beispiel mit Chart-Technik, ich setze mir hier Limits etc. pp. Ja, mir gefällt es. Link dazu packen wir euch in die Show Notes und unterstützt uns bitte auch natürlich sehr, sehr gerne, indem ihr euch über unseren Link anmeldet. Ihr seht es jetzt auch schon hier. Ich habe nochmal gekauft bei Asylum. Also habe die vollständige Position gemacht und habe natürlich den Fuzi All World und den Fuzi Dividend gekauft und bin total gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Dazu habe ich meinen Sparplan ausgelöst von Realty Income und der ist schon fast voll. Ich bin schon bei fast 1.000 Euro. Okay. Und ich habe American Tower gekauft. Letzte Woche, nach dem Aktiencheck. Leider habe ich eine Aktie verkauft, nämlich Annex Filtration. Nicht, dass ich die Idee dahinter toll finde, aber es ist super schwer an Zahlen zu kommen, an Pressemitteilungen. Kannst du uns kurz sagen, Annex Filtration, was haben die gemacht? Ja, sie machen Wasseraufbereitungsanlagen und sie sind da scheinbar sehr, sehr gut, sind sehr hoch bewertet auf dem Niveau, auf den Umsätzen. Marktkapitalisierung ungefähr eine halbe Milliarde Euro. Leider ist es super schwer, das ganze Thema zu verfolgen. Deswegen habe ich mir, nee, ja. Also nicht, dass ich nicht überzeugt bin, aber das ist mir einfach zu viel Risiko, wenn ich immer, ich finde, man findet nicht so viel zu denen. Okay, also es macht einen nicht so seriösen Eindruck dadurch, dass man natürlich, also es ist seriös, keine Frage, steht ein großer, bekannter Großaktionär auch dahinter. Also das ist keine kleine Ruhe. Das Seriöse daran ist natürlich, dass man selber nicht so den Zugriff hat, sehr leicht an die Zahlen zu kommen. Und das ist schon etwas, was man vielleicht, wenn man eben Bayern holt, einen Check betreiben möchte. Wenn das Check wegfällt, ist es natürlich dann etwas, was man, naja, mit sehr viel Vertrauen bezahlen müsste. Wie war es denn bei dir? Ja, ich habe einige Käufe getätigt, lieber Philipp. Natürlich ist mein McDonald's-Sparplan auch getätigt worden. Der ist klassisch ausgelöst worden. Auch wieder mega Marketing-Idee, das neue Menü. Ja, das stimmt. Clevere Geschichte. Krass. Und jetzt auch hier Beyond Meat, ne? Auch bei uns in Deutschland tatsächlich auch. Ja, und die veganen Chicken Nuggets. Also wenn sie mich nicht veräppelt haben, waren es trockend. War super. Dann waren es sogar Chicken. Ja, was habe ich noch gekauft, Philipp? Clearfield. Ich bin eingestiegen jetzt bei knapp 60 Dollar. Finde ich super. Clearfield wollte ich ja schon länger rein. Habe ich schon lange auf der Watchlist ein. Eigentlich ein relativ kleines Unternehmen tatsächlich, die das ganze Thema Glasfaser, die erfolgreich spielen und immer noch mit 60 Prozent knapp wachsen, umsatzseitig von Quartal zu Quartal auch sehr erfolgreich sind und nach wie vor eine hohe Nachfrage erfahren. Also tolle Produkte, nicht nur Glasfaser selbst, natürlich auch alles, was dazugehört, vom Kasten bis hin zur Ummantelung und so weiter und so fort. Tolles Unternehmen, läuft gut. Und jetzt der Rücksetzer auf 60. Dort befindet sich die Aktie nach wie vor. Also ist im Prinzip ausgebremst, bildet so langsam einen leichten Boden. Aber die Volatilität ist natürlich hier relativ hoch. Kann also auch sein, wenn sie dann schnell hoch geht, dass sie auch nicht unbedingt als Buy and Hold Aktie gehalten wird von mir. Enphase Energy. Stark zurückgekommen. Tolle Zahlen geliefert. Habe ich als Anlass natürlich genommen, um hier eine Position aufzubauen. Und ja, das ist wahrscheinlich eine Aktie, die ich jetzt länger halten werde, weil Enphase Energy, wir wissen, die Investmentthese stimmt. Auch die Bewertung ist jetzt ein Stück weit runtergekommen, wenn auch immer noch hoch. Keine Frage, ja, werde ich einfach weiter halten. Ich glaube, die Solarbranche ist noch weiterhin sehr stark am Wachsen und es muss ja auch noch viel gemacht werden. Access Service ist mit dabei. Also hier ein kleines KI-Play, was aber, ich sage mal, auch schon sehr, sehr robust, sehr solide läuft. Also ein Unternehmen, was einen Aufwärtstrend hält, auch jetzt, als die ganzen Rückläufer waren oder auch die Rücksetzer waren, Korrekturen am Markt stattgefunden, Unsicherheiten. Dieses Unternehmen ist 15 von 15 Punkten bei Qualitätsscore von TraderFox. Top-Unternehmen. Und auch wieder Top-Zahlen gebracht. Deswegen für mich jetzt ein Buy-and-Hold und ein leichter KI-Play, muss man auch sagen. Außerdem, KI-Play, super Microcomputer. Ich bin wieder zurück, bin eingestiegen und zwar auch nach dem Ausbruch direkt. Die Aktie hat ja nochmal so zwischenzeitlich kurz korrigiert, was sie ja öfter macht. Und dann kam der Ausbruch und ich dachte mir jetzt auch wieder rein. und aktuell auch ordentlich im Plus schon wieder. Tolles Unternehmen, was nach wie vor sehr erfolgreich davon partizipiert, dass die Rechenzentren ausgebaut werden. Auch hier hat man jetzt wieder neuere Produkte an den Markt gebracht, um auch hier effizienter zu werden, kostengünstiger und die Kunden wieder dahingehend auf neue Investitionen zu locken. Tolle Sache. Und deswegen, ja, finde ich, habe ich einen ganz guten Einkaufszettel gehabt im Februar. Verkauft habe ich tatsächlich einfach mal nichts. Ungewöhnlich. Ungewöhnlich, oder? Aber einfach mal ausgebaut. So kenne ich nichts. Wie liefen denn die Aktien sonst so in deinem Depot? Lass mich raten, Nvidia war mit dabei in den Top 3. Ja, genau. Also auch etwas, was natürlich das Depot mit nach oben zieht, ist Nvidia auf der Größe, wie die Position im Depot ist. Hat 23,6% zugelegt. Tolles Ergebnis. Bin ich sehr zufrieden. TeamViewer kommt auch so langsam wieder. Sie hatten ja auch sehr gute Zahlen. Sie sind ja hier ein bisschen untergegangen im Podcast. Aber tatsächlich haben sie gute Zahlen, guten Ausblick gebracht, was auch TeamViewer wieder angehoben hat. Hier fast 30% Kursplus im Monat Februar. Und dann, meine Spekulation, ist aufgegangen und zwar zu Rose. Du bist neu investiert? Ich bin nach wie vor investiert. Das Unternehmen ist 46,5% nach oben gegangen. Ich habe gekauft. Ein paar Tage später kam dann auch hier, weil ich dachte mir, oh man muss die Aktie nachziehen zu Shop Apotheke. Shop Apotheke hat ja so langsam den Weg nach oben gefunden. Knapp 30, 40% sind nach oben gegangen. Und zu Rose stand einfach nur da und hat seinen Boden weiter ausgebildet. Hat gewartet. Und habe gedacht, Mensch, was passiert denn jetzt? Natürlich, Schweizer Aktien zu kaufen, blöd. Man hat erstmal höhere Kosten gehabt. Die habe ich dann einfach auch hingenommen. War für mich okay. Und jetzt ist sie die auch raus. Also weit raus, weil man jetzt schon, ich weiß nicht, ich glaube knapp 40% im Plus, 46% im Plus ist sie gelaufen. Also doch ordentlich. Ja, und so kann es weitergehen. Und ich glaube, es geht auch weiter, denn hier ist ja das E-Rezept weiterhin interessant. Was die Aktie natürlich so angehoben hat, war natürlich die Trennung des Geschäftsbereiches aus der Schweiz. Man möchte sich vor allen Dingen auf den deutschen Markt konzentrieren, was natürlich der Aktie jetzt sehr viel Auftrieb gab und auf der anderen Seite natürlich viel Geld reinfließen lassen hat, weil man glaube ich so 350 Millionen eingenommen hat für den Verkauf der Sparte in der Schweiz. Sehr schön. Bei dir, wie lief es da? Jumana plus 8%. Kam ein bisschen drückt, ne? Ecolab plus 9,5% und Crowdstrike. Gersu is back. Aber im Abwärtstrend noch. Ach egal. Plus 23% nehme ich auch im Abwärtstrend mit. Ja, ist in Ordnung. Wo Licht ist, ist auch Schatten. Soll ich weitermachen? Bitte. Disney minus 5,2%. Bob Iger, jetzt aber mal hier Hackengas. American Waterworks minus 6% und Amazon minus 6,78%. Wie war es denn bei dir? Tatsächlich auf Platz 3. Amaresco, sie haben etwas Federn lassen, muss man sagen. Auch hier die Quartalszahlen oder nach den Quartalszahlen ging es rasch nach unten. Witzigerweise alles noch in der Seitplatzphase, die sehr volatil ist. Deswegen hier kann man auch als Trader natürlich herrlich viel Spaß haben. Was ich sehr spannend finde bei den Quartalszahlen, die waren überraschend etwas geringer als gedacht. Also gerade umsatzseitig. Aber der Ausblick war hervorragend. Also man hat sogar den Ausblick angehoben für das gesamte Geschäftsjahr, obwohl das letzte Quartal im letzten Jahr, also 2022, nicht so gut gelaufen ist. Das sieht man hier, und das waren Einmaleffekte auch, die natürlich die Vergleichsdaten relativ schwierig dastehen lassen haben. Das wird auch jetzt wieder per Fall sein. Aber trotzdem hat man die Prognose erhöht. Und das sind positive Nachrichten, weshalb ich überlege hier auch nochmal aufzustocken, wenn es sich ja eine gute Gelegenheit ergibt. Biko hat, ich glaube, ich habe keine richtigen Nachrichten gefunden, ist auch ganz schön wieder zusammengefallen, ist eh eine kleine Position, muss man nicht lange drüber reden. Und die Zahlen von Digital Turbine haben hier auch eher, zumindest der Ausblick, eher belastet. Und deswegen 35 Prozent im Minus in diesem Monat. Top of the Pops. Na dann, ich wette, Nvidia ist jetzt bei dir mit drin. Genau, wie der Erster. Jetzt mit 267 Prozent ist die Nvidia-Position natürlich relativ groß. Danke. Apple mit 222 Prozent auf Platz 2 und Amazon mit 125 Prozent. Du hast gerade gesagt, die ist ein Stück weit runtergekommen. Das ist auch wieder passiert. Aber immer noch Platz 3 und kann natürlich auch schnell wieder nach oben gehen. Insofern bleibe ich ja hier natürlich entspannt. Natürlich habe ich auch das Polster. Jetzt sage ich mal, wenn man über 100 Prozent im Plus ist, ja, alles halb zu bild. Bei dir? Crowdstrike plus 146 Prozent, also auch wieder richtig weit vorne. Visa 104 Prozent und Paychecks verteidigt Platz 3. 100, äh, nicht 100, nur leider 76 Prozent. Aber ich bin entspannt mit dabei. Ich würde gleich mit meinem Flop 3 weitermachen. Auf Platz Nummer 3, Disney minus 11 Prozent. Denner hier fast minus 20 Prozent. Hier juckt es mir in den Fingern nachzukaufen. Mir auch. Und Amazon minus 34. Mach ich mir gar keine Sorgen. Wie ist es bei dir? Genau, ähm, die Social Chain Group, ähm, ist auf dem, ja, am tiefsten Stand mit 92 Prozent. Also wie gesagt, das war eine ganz kleine. Ja. Ähm, müssen wir über die Reden. Silbergate noch vor den, äh, jetzt, also da bist du investiert. Da war ich investiert tatsächlich. Also, ähm, bis Ende des letzten Monats war ich es noch. Und dann, äh, kam ja die Nachrichten, habe ich relativ schnell dann, weil Insolvenz, irgendwo Insolvent lese, dann ist das eigentlich im Prinzip schon, äh, etwas, was man da einfach mal rauskickt. Äh, ist also jetzt in dem Moment zur Aufnahme nicht mehr drin, war aber natürlich Ende Februar noch dabei. Achso. Deswegen muss man das mal noch mit ansprechen. Und Upstart. Also hast du Silbergate verkauft? Ich habe Silbergate, aber jetzt, das ist ja schon Februar. Und das kommt eigentlich im nächsten Monat. Ach, im März hast du es verkauft? Ja. Ah. Ah, die Nachricht habe ich jetzt erst vor kurzem. Kleiner Teaser. Ja, kleiner Teaser. Da habe ich ein Silbergate verkauft. Da hat er auf jeden Fall dran. Da habe ich dir noch ein Eis gegönnt. Na, egal. Upstart ist natürlich auch noch tiefe Minus mit minus 88%. Alles kleine Positionen. Nicht, weil sie unbedingt klein geworden sind, aber waren auch so ohnehin jetzt keine Riesenpositionen. Depot-Performance. Insgesamt, Marcel, der MSCI World minus 0,2%. Der S&P 500 minus 2,7%. Nasdaq 100 minus 2,5%. Dow Jones minus 2%. Da dax. Plus 1. Die Dividenden regnen. Ja. Unsere Holding 4,5%. Stark. Ich? 5,76%. Sehr stark. Und du? Lagt natürlich an CrowdStack. Definitiv, ja. Großer Batzen in meinem Depot. War es bei dir? 1,4% waren es bei mir. Was daran liegt, dass vor allem Apple und Nvidia hier Zugpferde waren, die durchaus Gas gegeben haben und auch, ich sag mal, die ein oder anderen Abrutscher auch wieder aufgefangen haben. So, du musst jetzt hier, wir brauchen noch eine Spekulation von dir, diese Podcast-Folge. Ja, ja, ich denke weiter. Silvergate wird in die Insolvenz gehen. Ich mag steile Thesen. Willst du? Nein, möchte ich nicht. Ich möchte von dir jetzt aber hören, wie oder welche Dividenden hast du bekommen? ASML, John Deere, Paychecks, Realty Income und Starbucks. Auch Starbucks sogar wieder reinvestiert. Okay, cool. Bei mir war es AT&T, American Tower, ASML auch, natürlich Apple, Paychecks und natürlich Starbucks. Ja, war ein toller Dividendenmonat an sich. Und ich habe meine Spekulation für dieses Jahr nicht. Kann ich auch auf zwei Jahre machen? Nee. Ah, das geht dir nicht, hä? Hier, Schiedsrichter. Nein. Herr Lehrer, bitte. Ein Spiel geht immer 90 Minuten. Okay, wenn du. Na gut, ich würde sagen, am Ende des Jahres ist diese Economy immer noch bestehend aus, in Deutschland bestehend aus Mediamarkt und Saturn. In Deutschland, ja. In Österreich ist das schon vorbei. Es ist ja nur noch Mediamarkt. Mediamarkt und Saturn sind noch, gibt es noch beide. Noch beide existiert. Genau, wenn auch zwei Jahre, hätte ich gesagt, gibt es nur noch Mediamarkt, um da nochmal zurückzukommen. Ja. Okay. Ja, habe ich meine Spekulation. Dividenden, hast du schon gesagt? Ja. Wem willst du kaufen? Das ist eine gute Frage und ich habe tatsächlich lange überlegt und bin auch noch nicht wirklich fündig geworden. Es gibt mehrere Möglichkeiten. Natürlich wollte ich in Meta rein. Hier warte ich aber drauf. Hier wird dieses Abgep, was nach den Quartalszeiten passiert, ist ja natürlich auch nochmal geschlossen. Also sehr wahrscheinlich zumindest. Also da warte ich tatsächlich eher auf den Rücksetzer und bin dann noch am überlegen. Innovative Industrial Properties, auch die haben tolle Zahlen gelingeltet. Sehr, sehr solide. Auch da die Zahlen übertroffen oder die Erwartungen übertroffen, kann man sich auch nochmal überlegen, um hier aufzustocken. Dann in Klammern heute schon mal angesagt, Pfizer, könnte eine Überlegung sein, auch Johnson & Johnson, aber hier habe ich natürlich dann noch dieses Konsumgeschäft, was mich einfach stört, was ich nicht haben möchte. Und dann, muss man ja auch sagen, ein leichter Top dieser Woche, Sixt, haben einfach auch die Marktmacht gehabt. Habe ich auch groß mit unterstützt. Ja, du warst auf jeden Fall bester Kunde mit. Ja, ich habe jetzt diesen Diamond-Status. Hast du tatsächlich, ja. Hull dich mir. Okay, cool. Auf jeden Fall, Dividende ordentlich, kann man nicht meckern. Und dann noch eine Sonderdividende, könnte man auch mitnehmen. Und dann, ja, wäre das vielleicht auch eine Idee, als mittelfristige Anlage. Mal schauen, vielleicht auch langfristig, je nachdem, wie lange sie ihre Preise so durchsetzen können. Da bin ich bisher nicht ganz so sicher, obwohl ich eigentlich großer Fan vom Unternehmen Sixt bin. Bei mir wird es Realty Income definitiv. Ich werde eine Position voll machen bei mir im Depot. American Water Works vielleicht, Ecolab. Mal schauen. Okay. Steht in den Sternen und im nächsten Depotrückblick, nächsten Monat werden wir es ja wissen. So, jetzt mal Butterbeite, Fische. Investmentidee. Investmentidee. Soll ich anfangen oder willst du anfangen? Du darfst. Das machen wir natürlich bei unserem heutigen Werbepartner Trading 212. Hier kannst du deinen eigenen ETF sozusagen anlegen. Das machen wir. Wir haben unseren Podcast Basket, den seht ihr jetzt auch. Und 3,8% sind wir hier im Plus. Und schönen Renditen haben wir schon eingefahren, natürlich auch mit einigen Unternehmen. Super Microcomputer 22%. C3 AI, war ich das? 24,17% oder warst du das? Tolle Zahlen. Heute auch richtig durch die Decke gelaufen. Einfach wirklich starke Zahlen. Old Dominion Frightline, 8,7%. Und wir haben jetzt 20 Unternehmen schon drin und jetzt passen wir dem Basket an. Marcel, ich nehme meinen Top der Woche. Die Lufthansa. Okay. Ja, warum nicht? Kann man so machen? Die deutsche Lufthansa. Ist jetzt mit dabei. Und wen bringst du jetzt noch mit? Ich mache es langweilig. Johnson & Johnson. Weil wenn ich es im privaten Depot nicht haben möchte, dann kann ich es doch hier gerade nutzen. Na dann los. Na los jetzt. Mal was langweilig. Das ist manchmal auch wichtig für das Depot. Dann müssen wir natürlich auch hier wieder jetzt alles anpassen, damit wir auch insgesamt zusammen 100% da haben. Genau. Trading 2 in 2 ist hier eigentlich eine schöne Möglichkeit, wie du schon sagst, ein ETF zu erstellen. Und ich habe das ja mit meinen ganzen Pharma-Butzen gemacht. Also Pharma-Health und so. Man kann sie nicht alle kaufen. Also ich habe mir gedacht, okay, Basket, top Idee. Da investiere ich dann einfach rein und kann dann im Prinzip wieder das Best-of für mich selbst erstellen. Denn was mache ich an den ETFs nicht? Vor allen Dingen auch in diesen Branchen-ETFs. Da sind auch Unternehmen dabei, die ich überhaupt nicht mag oder überhaupt nicht dahinter stehe. Also die, die ich einfach nicht mit investieren möchte. Und das kann ich eben hier ein bisschen ausschließen. Und insofern ist es, denke ich, eine coole Geschichte. Jeder kann das auch nutzen. Ist schnell angemeldet. Geht wirklich innerhalb von ein paar Minuten. Das ging unfassbar schnell. Und auch das, muss man sagen, ist Trading 22 sehr übersichtlich. Auch Web und App, all das machbar. Das Schöne ist, wer sich über unseren Link anmeldet in den Shownotes und den Code VALUE bei Aktionskunden nutzen eingibt, der bekommt eine Gratis-Aktie. Lasst euch überraschen. Und jetzt, Marcel, ist natürlich die nächste Frage. Quartalzahlen. Quartalzahlen und Investorentage. Was wirst du uns nächste Woche berichten auf Instagram? Also folgt uns da. Genau, am Montag gibt es Zahlen zum Beispiel von Nutanix, die ja durchaus auch mal ganz spannend sind aus der Branche. Dann am Dienstag Z-Limited. Ich bin investiert. Bin gespannt, wie sich das letzte Quartal so entwickelt hat. Gerade auch im Weihnachtsquartal. Nicht ganz uninteressant. Zalando wird berichten. Auch hier bin ich wieder bei. HelloFresh wird die Zahlen zeigen. Dann CrowdStrike am Abend. Wir werden mit Fiebern am Dienstag. Da könnte es richtig abgehen. Wenn die nochmal so richtig schön weiter wachsen. Ja, naja, ist schwierig. Z-Scaler, Top-Zahlen. 11 Prozent. Wir dürfen gespannt sein. Mittwoch. Brown Foreman wird berichten. Adidas ist mit dabei. Thales, die jetzt aus ihrer langfristigen Seitwärtsphase ausgebrochen sind. Kann man sich auch mal anschauen. Simrise ist dabei. Continental. Und unser einziger jetzt noch existierender Dividenden-Aristokrat. Fuchs Petrolup. Nee, sind sie noch nicht. 23 Jahre. 23? Also der Nächste. Sie könnten der Nächste werden. Der Nächste, der es wieder sein könnte. Genau, weil alle anderen sind jetzt raus. Werden sie anheben? Hä? Werden sie anheben? Das hatten wir gar nicht thematisiert, dass Fresenius hier radikal aktuell hier richtig abgeht. Mit Umbau und allem Pipapo und Dividendenkürzung. Ja, ist dann halt so. Am Abend noch die Zahlen von MongoDB. Ja. Auch spannend, tolle letztes Quartalzahlen. Sanna ist mit dabei. Auch immer ein Liebling der Aktionäre. JD.com am Donnerstag. Die Deutsche Post wird berichten. Auch Toro. Interessant aus dem landwirtschaftlichen Bereich. Hugo Boss. Und am Abend dann Oracle. Interessante Cloud-Spekulation. DocuSign. Letztens auch ganz gut berichtet. Also mal schauen, wie es diesmal wird. Und am Freitag gibt es noch die Zahlen von Daimler Drug. Wird interessant. Ich finde, wir sollten mal mehr auch. Wir werden auf Instagram mal fragen, so welche Themen haben dich die Woche bewegt? Vielleicht hat unsere Community auch spannende Ideen. Also folgt uns auch auf Instagram. Nächste Woche gibt es am Montag Zahlen für Aktionärinnen und Aktionäre von Moe. Southern Company am Montag. Atos Energy. Atmos. Am Dienstag Johnson & Johnson. Am Mittwoch Amgen. Analog Devices. Welltower. Am Donnerstag Microsoft. Oh, da kriege ich auch wieder was. Centerpoint Energy. Kone. Und am Freitag. Exxon Mobile. Chevron. Honeywell. S&P Global. IBM. UPS. UPS. Lilly. Target. Shireen Williams. Exxon. Da bin ich dann auch mit dabei. Amazon. Young Brands. Dow. Constellation Energy. Constellation Energy meine ich bin ich dabei. Rollins. Da sind wir auch beide mit dabei. Also ziemlich viel gibt es zu erleben und zu entdecken. Und Marcel. Ich habe noch eine kleine Spekulation. Ja. Und zwar. Philipp ist nächste Woche wieder richtig gesund. Er muss nicht mehr husten. Er muss nicht mehr. Ja. Heute das erste Mal wieder auf dem Golfplatz gewesen und schon alles zerstört. Was sollen die Jogger sagen? Ich weiß nicht. Ich war Joggen die Woche zweimal. Da haben wir es. Aber Golf. Naja. Na gut. Okay. Nächste Woche bist du im Urlaub. Ich bin mal nicht da. Aber du hast eine doch adekate Vertretung. Ich glaube wir haben einen Hochkaräter oder? Wir werden noch nicht verraten wer es ist. Aber es ist jemand. Ich hoffe ich werde nicht ersetzt. Bitte liebe Community. Also bekannt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Mit reinzuhören. Ich werde reinhören. Solltest du. Mach ich. Wo geht es bei dir hin? Es geht nach Paris. Oh. Und lang geplante Reise. Die natürlich dann aber schon öfter verschoben wurde aufgrund von Corona und deswegen. Ja. Wirst du das Disneyland versuchen? Nein. Was? Nein. Du willst ja nur nochmal da hin. Ja. So. Dann würde ich sagen. Machen wir jetzt den Deckel drauf? Ja. Sonntag gibt es einen Aktiencheck. Und da bleibt mir eigentlich schon noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt. Es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen diesen zu finden. Um dann auch in diesen zu investieren. Also. Tut uns eingefallen. Und bleibt dabei. Bei Modern Value Investing. Ciao. Ciao.